hallo zusammen ihr lieben willkommen zum wochenorakel für die kommende woche schauen uns die kollektiven themen an was so anstehen kann in dieser woche wenn du noch eine persönliche botschaft möchtest bleibe bitte dran ich habe im abspann des videos noch die möglichkeit für eine auswahl für die nächste woche und alles was du sonst noch wissen möchte findest du unten in der infobox des videos besucht mich gern auch auf meinem tages lege kanal tages orakel lege kanal da gibt es sonntags auch immer die sternzeichen legungen ab 15 uhr es geht um uns die nächste woche es geht um das dass wir richtung aufnehmen dass wir vorankommen es geht darum dass uns das leben vielleicht mit einer sehnsucht konfrontiert die wir in irgendeinem bereich haben möglicherweise entdecken wir hier irgendetwas was er unseren sehnsüchten entspricht der ein oder andere kann sich auch auf die kurze reise begeben oder ein kurztrip planen und es wird hier sehr spannend und geheimnisvoll irgendwie na es kann sein wir haben hier ein bisschen häusliche unruhe das heißt im umfeld ist vielleicht einiges los oder wir fühlen uns gestresst oder es gibt nervende situationen um uns herum ja und das ist jetzt ganz schön wir suchen nämlich einen weg der irgendwie einen totalen umbruch mitbringen es kann hier auch sein dass es ein weg sein wird den man zum zweiten mal beginnt also man hat etwas schon mal probiert es hat sich nicht geöffnet und hier besteht die möglichkeit dass es doch jetzt möglich sein könnte ich habe hier für uns die positive nachrichten nachrichten die glück bringen nachrichten die uns hindernisse überwinden lassen das kann ganz plötzlich und unerwartet irgendwie sein und aus einer richtung auskommen an die man jetzt nicht denkt die sonne liegt hier im haus der blumen drin wunderschön es ist eine kreative energie das ist eine energie da gibt man das rein was man zum aufblühen braucht da ist praktisch sozusagen fotosynthese für die dinge an denen wir arbeiten wir haben hier im hause des kindes den ring drin also es kann schon darum gehen dass sich die nächste woche verträge aller art auf den weg machen kann ja auch am häuslichen bereich sein dass man in beziehungs dinge neu startet dass man an sich guckt wo erhelle ich meinen alltag wo gebe ich die sonne auf das kleine glück die beziehungs dinge stehen hier unter einem guten stern allerdings kann es sein dass irgendwas so ein bisschen mit aufregung mitschwingt bei im beziehungsleben im verbindlichen leben in dem was man so um sich herum an beziehungen überhaupt hat es eröffnen sich dinge die geben da eine andere richtung rein wo man ich sag mal zu viel vertrauen in etwas gesteckt hat das sich nachher nicht als richtig erwies also möglicherweise ist das was ich hier schon angedeutet habe es wurde schon mal versucht ein anderer weg zu gehen und da ging die türe nicht richtig auf und jetzt kommt hier so der moment wo man erkennt aha dann da und da ist eine kleinigkeit die habe ich übersehen ich probiere es noch mal und auf dem ring liegt dann da auch das verbindliche glück drauf und es ist sowas wie eine erleichterung oder sogar ein kürzerer weg es kann ja sein dass die woche sehr sehr erkenntnisreich ist mit sehr viel wachstum verbunden wir haben hier schon in der vergangenheit sehr viel gelernt dass wir für diese woche nutzen wir gucken hier aus dem bild raus das heißt wir gehen auch irgendwo in eine neue phase wir lassen etwas erblühen wir haben im hause der veränderung dann sogar noch den schlüssel drin also veränderungen die wir vielleicht auch schon lange hervorrufen wollten wo kein weg auf ihn wo den weg den wir gewählt haben vielleicht nicht ans ziel gebracht hat nennen wir es mal so da haben wir jetzt den erfolg drauf auch gleichzeitig verbunden mit guten nachrichten irgendwie ok für einige von uns mag es sein dass sie hier auch im beziehungsleben eine kleine wende brauchen wir haben hier den bereich liebe und freundschaft beides zugleich es kann hier sein dass der stress der hier in der umgebung ist auch aus der sorge oder aus dem leben eines kindes mit auf kommt also das ist eben das ist was aus dem umfeld für dich als aufregend oder stressig gesehen wird möglicherweise möchte ein kind von dir einen neu beginn starten mit dem du gar nicht so zufrieden bist weil du dir denkst das bringt doch nichts oder das führt in die nächste verstrickung rein oder so aber wenn das bei dir so ist dann gebe ich dir hier mit das praktisch die person und die es hier geht die versucht gerade hindernisse aus dem weg zu räumen und sucht deshalb neue wege und versucht sich auch neue türen zu öffnen und das kann für dich so ein bisschen naja nenn es kun fu sein aber denkt dann immer dran die kinder müssen auch ihre eigenen erfahrungen machen ob es uns passt oder nicht steht mal wieder auf einem anderen blatt wir können hier ratgeber sein oder so aber wir können die situation nicht wesentlich verändern gehört hier zum weg des kindes auch da möglichkeit dass meine tür zugegangen ist die jetzt wieder aufgeht oder eine idee die jetzt wieder auf den bildschirm kommt für alle singles kann es hier sehr gut sein dass ihr vielleicht ein potenzielles gegenüber habt mit dem ihr freundschaftlich verbunden seid und das ist jetzt hier eine möglichkeit neu neu in neuem format aufeinander zuzugehen also aus liebe wird freundschaft oder so oder aus freundschaft wird liebe und das ist auch eine ganz gute woche dass man hier einflüsse überhaupt im beziehungsleben auf einen neuen weg bringt genau es geht darum im verbindlichen bereich aufzuräumen klarheit zu haben hindernisse auf dem weg aus dem weg aus dem weg zu räumen neue türen zu öffnen möglichkeiten zu nehmen die man bisher nicht angedacht hat ja also hier kann schon echt speziell sein dass es jetzt um themen geht in den familien die euch so ein bisschen hindern von eurem weg auf eurem weg also dass es so zu themen sind die kommen von außen die haben mit euch aber nichts zu tun hier außen speziell familiärer bereich und für euch geht es darum da bei euch zu bleiben euch in dieser guten energie auf die euch umgibt vorsichtig weiter zu bewegen guck mal im prinzip ist es hier so wir haben das schicksalskreuz im haus der sonne wir haben in der spiegelung des kind drin wir haben hier sehr viele situationen der ablösung mit dran das sind hier finanzielle abhängigkeiten das heißt der eine oder andere macht es jetzt nur aus finanziellem grund dass er da bleibt der andere wagt sich vielleicht trotz finanzieller schwierigkeiten den kompletten neuen weg zu gehen also das sieht ein bisschen so nach umstrukturierung und beendigung der stagnation aus allerdings die wege die da entstehen das sind jetzt nicht die wege die ja morgen ein neubeginn erlauben das sind die wege bei denen man stein für stein aus dem weg räumt und dann auf die gerade bahn kommt das ist jetzt nichts schnelles also dann da beginnt man wieder von neuem und geht mit seiner ganzen kraft seinem ganzen vertrauen und seiner ganzen stärke auch wieder dran was hier auch wieder speziell ein bisschen sein kann ist dass man rumdiskutieren muss dass man vielleicht auch dazu neigt hitzig zu sein wir haben den brief im haus der sense wir haben die ruten im haus des briefes da sagt man mal schnell was halte ich aber auch für normal wir können nicht immer alle nur nett und lieb sein gerade wenn man gestresst ist oder aufgeregt rutscht einem dann doch mal was raus diese woche ermöglicht dir in eine bewegung zu kommen die dir viele verluste der vergangenheit ich würde mal sagen aus dem kartenblatt schwemmt ja hier geht es drum das mag aus der eltern linie kommen das mag ein mangel an geld sein das mag ein mangel an versorgt sein emotional oder auch in den finanzen sein die finanzen liegen hier im hause des herzens wir haben hier in der spiegelung den erfolgsschlüssel auch noch mal mit veränderungen an den finanzen und finanziellen zuwachs und im haus der finanzen selber legt sich das haus rein also das fundament das finanzielle fundament und natürlich auch ja die stabilität das haus hat ja immer schon irgendwie den grundstock der scheint ja gegeben zu sein und hier im oberen bereich in der korrespondenz haben wir noch den kleedring also es geht natürlich ja auch um finanzielle verstrickungen die sich auflösen hier speziell ist es das geld von dir und von familien mitgliedern egal welcher art eine woche wo man auch verluste aus der vergangenheit sei es jetzt finanzieller oder emotionaler art mehr in den frieden bringen kann das was man im bereich der liebe schon erarbeitet hat das ist hier auch so gefestigt na das ist ein gefühl da ist die liebe zu allem irgendwie vorhanden auch wenn es mal nicht so funktioniert wie es eben sein soll oder wenn es konflikt mitbringt es ist hier ganz wichtig dass es möglich ist dass man sich entweder neu verliebt aus liebe freundschaft macht aus freundschaft liebe oder dass es Personen aus der vergangenheit gibt als zu sagen was man so das speziell ist hier eine konstellation da hat dein partner vielleicht auch auch kinder aus anderen ehen und das könnte hier zu einem thema werden für die woche gerade auch im bereich finanzen oder blockaden die kinder mitbringen nennen wir es mal so kommt mir das jetzt nur so vor oder ist meine kamera hier total schräg draußen hört ihr jetzt den rasenmäher wieder immer wenn ich hier sitze und es ist warm haben wir hier mittags diese geräusche ich weiß nicht wenn ihr es nicht hört mich stört es eigentlich aber gut es ist wie es ist ich kann es nicht abstellen ok dann hier gucken wir uns das berufliche nochmal an wir haben die berufskarte im haus des mannes wir haben hier vielleicht auch das erarbeiten von geld wir haben berufliche veränderungen die vielleicht mit konflikten einher gehen können oder mit sagen wir mal man muss irgendwas austragen an sich liegt hier die berufsenergie ja sagen wir mal rundum außer den roten umgeben von schönen karten allerdings bei einem oder anderen mit dem baum sieht man schon auch es könnte ein bisschen langweiliger werden oder es gibt immer wieder themen die ja der baum der steht halt da macht man jeden tag das gleiche da ist alltag und da wird ja auch geraten so im kleinen mal aus dem alltagstrott rauszukommen eine andere richtung zu wählen die dinge wieder mit herz zu machen ich sehe dass wir hier sehr viel gebende energie haben auf dem bereich der arbeit aber auch wieder hier so die 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 glücklichen ausgleich bei uns im eigenen haus liegt der baum drin also es geht um wachstum es geht vielleicht auch um das thema vitalität wie fühle ich mich wie geerdet bin ich an sich liegt darum aber auch der frieden und das wohlfühlen das schicksal schickt uns hier einflüsse die kommen von außen veränderungen die von außen kommen die eine neue richtung ermöglichen die liegen hier sehr positiv also ich habe auch die guten nachrichten an sich dabei du kannst hier alles was nach verlust geklungen hat oder dich lange beschäftigt hat mehr in den hintergrund stellen und dir mehr so dein fundament angucken und sagen okay an dem punkt bin ich wo darf sich jetzt noch was weiterentwickeln wo brauche ich noch wachstum wo bin ich mehr wichtiger als mein umfeld wo darf jeder aus meinem umfeld die eigene verantwortung übernehmen und dir wird hier auch direkt gesagt dass es irgendwelche sachen gibt die dich vielleicht aus dem umfeld blockieren können da guck dass du selber in bewegung und auch in fahrt bleibst hier sehr viele prozesse wieder wo man sagt hier reife ich hier hier verstehe ich etwas hier kann ich etwas was mich drückt was mich energie gekostet hat ablegen und zugleich habe ich hier sowas wie einen schicksalshaften Neubeginn der aber auch erst wieder so im Kopf entsteht also während wir hier unser Bötchen lenken kommen wir auf eine Idee was wir im kleineren Bereich auch nochmal verbindlich verändern wollen ich sehe auch die Konfrontationen die es hier geben kann mit Menschen aus der Vergangenheit die schmeißen dich hier nicht um im Gegenteil du stehst hier wie der Baum da gibt es ein Sprichwort aber das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen aber ich glaube das heißt ihn ungefähr so viel wie was juckt es eine Eiche wenn sich ein Schweinchen daran reibt und ich glaube es um sowas geht es du kannst ja abchecken wie weit du schon gekommen bist du lässt dich von außen nicht du lässt dir von außen nicht dein Fundament unter den Beinen wegziehen und kannst für dich verbindlich Dinge so stehen lassen wie sie eben sind und ein Stückchen mehr in deine Sachen investieren und ein Stückchen mehr in deine Sachen investieren möglicherweise das hatte ich jetzt hier auch schon glaube ich mehrmals zeigt sich hier ein Mensch der gibt dir Potenzial mit auf den Weg also es kann auch jemand sein wie zum Beispiel ein Krafttier ein Geistführer aber für viele vielleicht auch eine Person die gibt dir irgendein Zeichen die gibt dir so einen Wink mit auf deinen Weg den du wohlwollend und bejahend annehmen kannst und das mag ein weiser Rad sein eine kleine Geste die Großes bewirkt sagen wir es mal so die den Frieden in dir und die Harmonie auch so auslöst gut ihr Leben da lassen wir es mal so stehen ich habe ja gesagt wir gucken noch in die persönlichen Botschaften nimmts mir nicht für übel ich sehe es jetzt erst die Kamera ist hier nicht richtig eingespannt deshalb ist das Bild schräg aber ja Mut zur Lücke ich fange jetzt deshalb nicht mal nochmal von vorne an ihr Lieben ich drücke euch bis nächste Woche so jetzt ist mir wenigstens gelungen die Kamera ein bisschen besser einzustellen da war irgendwie das Handy nicht richtig in der Halterung drin und dann ist es ein bisschen krumm geworden ich habe ein neues Stativ ich komme nicht so richtig damit klar aber gut meins hat ausgeliehen das alte und dann ist es die Kamera okay ihr lieben wir lassen es dabei sucht euch eine seite aus oder die farbe des buddhas keine ahnung ich nehme den silbernen okay wir haben den hüttensänger das ist ein vogel der steht hier für das thema fröhlichkeit und diese karte haltet euch fest die tatsächlichen omen der freude der feiern und des spaßhabens hier soll man das hier und jetzt bejahen den zweifeln erlauben sich aufzulösen das hatten wir ähnlich im großen blatt und wir sollen auch nicht unglücklich sein nur dass wir anderen gefallen wie auch immer es gerade ist es gibt immer etwas was freude bereiten kann und auf das wurde deine aufmerksamkeit drauf längst wird sich auch vergrößern also hier speziell wird auch gesagt guck mal auf die bereiche deines lebens die dich glücklich machen um genau da auch die vergrößerung rein zu kriegen ja der beste weg zu warum vergnügen ist oder der schnellste dass man teilt und weitergibt dass man dinge verschenkt dass man sein herz verschenkt dass man die liebe mit anderen teil oder eben auch die freude oder das fröhlich sein also das leben wieder bejahen und die zweifel mehr beiseite lassen wird hier zum thema nächste woche ja wunderbar wir haben hier einst als eine situation die lässt uns alte lasten und gewohnheiten aus dem leben nehmen hier steht jetzt schulden bezahlt kann natürlich auch möglich sein dass du dich einer last entledigt vielleicht auch einer finanziellen und hier haben wir mit der schwangerschaft natürlich dass etwas entsteht hier hast du für was aus bezahlt es ist beendet und hier zugleich kommt ein neues kapitel bei dem du wieder erneut dinge pflegt oder in die erwachsen lässt die dann nachher großen segen bringen oder irgendwie ein etwas neues ermöglichen ein projekt ist jetzt auch noch wächst das hatten wir ja im großen blatt dass die die wege die wir jetzt gehen die die macht man wieder schritt für schritt ja das hatten wir auch im großen blatt da geht es darum dass bei einem oder anderen vielleicht das gefühl der langeweile eingefahren ist dass man sich unzufrieden fühlt dass man zwar das fundament hat aber doch fehlt einem die lebensfreude vielleicht hat man ja auch das ding dass man eine chance verpasst hat und dass man hier auch von dem punkt eben jetzt wieder guckt was kann ich noch machen wo sind meine möglichkeiten und die kommen hier die tipps sind genau da drin gucke auf das was sich vergrößern soll wir haben ja ein bisschen lernthema dabei die nächste woche auch das passt ideal zum großen blatt wir haben die erle dabei und die erle gibt uns mit auf den weg dass wir grenzen setzen dürfen und in dem wir grenzen setzen beweisen wir selbst liebe also guckt ein bisschen nach eurem weg wenn das außen fiel mitbringt lasst es einfach so sein zu stehen wir nehmen noch ein ende den lasse ich jetzt so drauf springen ja und seid fokussiert ja lass dich vom außen nicht von deinem eigenen glück auf einen anderen weg drängen oder in die ecke wo du sagst na gut dann bin ich halt auch traurig hier ist hier der engel der sorglosigkeit raus gehüpft oder raus gefallen und er sagt dir dass du all deine großen und kleinen sorgen in die hände deines engels legen darf deine sorgen und ängste anvertrauen spüren wie du abgibst wie das immer kleiner wird wie sich schwierigkeiten auflösen und wie es wieder lösungen gibt und wege die eben auch möglich sind die schönheit des lebens zu genießen wunderbar dann gucken wir den anderen an was habt ihr ihr habt das einhorn bei euch geht es um das thema reinheit spannend denn auch das hatten wir im großen blatt dass wir uns von dingen die in der vergangenheit liegen oder nennen es die brille der vergangenheit nicht mehr so beeindrucken lassen hier geht es nämlich darum in diese reinheit zu kommen wo man selber wieder neugierig unschuldig ist wo man die welt mit einem staunen begutachtet wo man auch feststellt was in diesem universum alles möglich ist und dass das leben jederzeit auch neu gestaltet werden kann möglicherweise möchtest du auch irgendwie eine innere reinigung vornehmen oder irgendwas erneuert sich an sich durch einen reinigen den prozess hier darf man loslassen was nicht mehr dienlich ist oder was auch nicht länger unterstützt und somit auch wieder den platz machen für ein wunder in unserem leben das wird hier gedoppelt du kannst es nicht kontrollieren viele dinge können wir nicht kontrollieren deshalb sollen wir uns auch nicht mitreißen lassen von diesen dingen sondern den blickwinkel ändern uns auf das fokussieren wo wir die energie der freude haben und nicht dieses schmerzens oder der schmerzen die möglichkeit von wunscherfüllung und wunder liegt hier in beiden karten drin also auf wundersame weise sich von etwas zu befreien was dir nachher eine viel bessere situation ermöglicht hier kann es jetzt im bereich der arbeit sein oder bei all deinen geschäftsvorhaben überhaupt eine aufstiegschance eine gute veränderung im beruflichen bereich etwas was du auch vielleicht schon lange nicht mehr machen möchtest kriegt hier einen neuen weg aufgezeigt dann haben wir den pagen des wassers hier kommt eine neue person in dein leben eine neue beziehung kann entstehen eine bestehende beziehung kann in eine neue phase gehen das war auch im großen blatt drin oder tatsächlich auch diese hilfreiche person die dich inspiriert die dir zur seite steht die dir irgendeinen guten rat gibt und hier ist auch die intuition sehr hoch die geistige wahrnehmung ja und der mond sagt ja noch tanze mit dem leben mond vereinigt gegensätze zarteit und kraft und schenkt den schlaf des kleinen todes des vergessens um neu geboren zu werden das hatten wir so ein bisschen auf der anderen seite auch mit dem thema schwangerschaft verbunden okay ein englchen guck mal lass los lass es los los lassen dinge loszulassen hilft dir dich von ballast zu lösen und deine seele zu befreien sei es ein streit liebeskummer oder eine bedrückende situation löse gedanklich diese verbindung und gib die negativen gefühle frei loslassen bringt alles ins fließen und macht dich glücklich und zufriedener dein engel wird dir dabei helfen dich von dingen oder menschen zu trennen die dir nicht gut tun also hier erneuerung reinheit aufschwung fokussieren auf reine dinge auf neugier und nicht auf die schwere ihr leben ich wünsche euch eine wunderbare woche ich drücke euch bis bald frei